So, dann würde ich sagen, suchen wir mal die Eins. Ah, I see. Da, da ist die Eins. Dann machen wir das mal auf. Yeah, I got something, guys. Also das ist wirklich Plastik-LP. Jetzt übersehen wir jetzt einfach den Umweltaspekt, meine lieben Freunde. Alter, ich bin ja professioneller Leben. Oh, 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 oh! Die Möze! Alter, Harry hat ja mal übelst die Porno-Frisur. Look at this guy. Jetzt müssen wir für Harry hier noch so einen Zauberstab abbrechen, damit Harry auch immer was zum Spielen hat, ne? Wenn er sich mit den Ladies trifft. Ey, Ladies, wollt ihr meinen Zauberstab sehen? Und er meint es halt auch wirklich, ne? Er meint es gar nicht auf sexueller Basis. Da kann ich mir jetzt so einen Tisch zusammenbauen. Da ist jetzt so ein Teil dabei. Und das packt man hier drauf. Genau, und auf den Tisch kommt jetzt hier so ein Knüppel drauf. Und dann kommt auf den Knüppel die Kerze drauf. Oh ja, oh, geil, eine Kerze. Die will ich erst mal rammeln. Das ist halt insane. Und da komme ich. Hallo, ich bin's, Hübi. Ihr guckt nicht im Stream. Das Template mit der Pfanne wurde heute im offiziellen Reddit für Meme-Templates gepostet und geht gut ab. Mit etwas Glück geht die Rotz-Community bald international. Ernsthaft? Hier, jawohl. Oh mein Gott. Me trying to introduce a new template? Nein, Upvotes. 5,4K. Freunde, wir übernehmen das Reddit. Sooo, weird. Anders kann man das nicht sagen. Alter, noch ein Prime-Sub auf Twitch. Yo, what the hell? Was geht da ab? Wir schauen jetzt mal auf mein Twitch. Oh, ich hoste Alina. Komm, wir machen mal kurz Alina happy. Die Frisur sieht so Baba aus bei ihr, ohne Spaß. Lasst einfach mal Herzen da. Just for fun. Hübi, stopp dich gerade. Inwiefern? Wir verteilen Liebe, Freunde. Das ist der Sinn von Weihnachten. Liebe verteilen. Was passiert hier gerade? Hallo Alina, wie geht's dir? Das kam unerwartet. Ey, dieser Stream ist so witzig. Ich komme nicht hinterher. Hallo Hübi, falls du das siehst, du überpollest mich. Eine Weihnachtsurrunde. Oh Leute. Einfach dickes Herz an euch alle. Ihr macht das schon im Chat, also. Wir sind's, Tim. Ha 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 ha.